Mh, was für ein sehr leckerer, guter Rotwein aus der Pfalz, der sich auch vor teuren Gewächsen aus dem Ausland nicht verstecken muss. Hierfür wurden die Rebsorten Cabernet Sauvignon, Spätburgunder, Merlot und Regent vermehlt und natürlich danach im Barrick ausgebaut. Ein komplexer und vielschichtiger Wein mit viel Saft, dunkler Frucht, enormer Eleganz und einem unwiderstehlichen Charme. Vor meinem geistigen Auge sehe ich ein Glas zusammen mit Rehrücken und Preiselbeeren.